Welchen Beruf hätten Sie, wenn Sie nicht Schauspieler geworden wären? Vielleicht wäre ich Pfarrer geworden, weil ich das sehr lange wollte. Eigentlich wollte ich Papst werden. Ich wollte eigentlich Papst werden und wollte mit dem Papamobil durch die Welt fahren. Wäre ich wahrscheinlich aber nicht geworden. Ansonsten, ich wäre echt gearscht, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre. Ich hätte, glaube ich, keine Ahnung gehabt, was ich hätte tun sollen aus meinem Leben. Schreiben vielleicht. Schreiben vielleicht.